Hallo und herzlich willkommen. Es ist immer wieder die gleiche Frage, lohnen sich Telekonverter noch oder nicht? Gerade heutzutage im Zeitalter von hochauflösenden Kameras kann man da nicht einfach kroppen? Und sehr lange hieß es vor allem auch, und auch ich habe diesen Ratschlag gegeben, Telekonverter würde ich nur an hochwertigen und lichtstarken Festbrennweiten nehmen. Und wie ihr seht, habe ich hier drei Zoom-Objektive vor mir, in sehr unterschiedlichen Preisklassen, also von irgendwie 600 bis 700 Euro bis hin zu 11.000 Euro. Und ich habe hier ein paar Tests gemacht mit dem Telekonverter und gecroppt mit dem 1,4- und Zweifachkonverter und dann die Bildqualität verglichen, also Schärfe, Rauschen. Ich möchte ein paar Fragen zur Hintergrundfreistellung beantworten. Und dann geht es natürlich um ein noch sehr großes Thema eigentlich, der Autofokus. Wie stark wird der beeinträchtigt durch die Telekonverter? Und schlussendlich auch noch ein paar eigene Gedanken zum Handling, zum Wechsel von Telekonvertern draussen beim Fotografieren. Also bleibt dran! Gehen wir also gleich auf die Bildqualität ein und wir starten mit dem teuren RF 100 bis 300. Ich sehe hier die Testsituation und ihr seht mit dem 1,4-Fachkonverter haben wir eben einen engeren Ausschnitt. Und wenn wir jetzt einmal reinzoomen auf die Mitte vom Bild und das Foto ohne Konverter einfach noch ein bisschen mehr vergrößern, dass wir den gleichen Ausschnitt haben, dann sehen wir erstens einmal, was das Hintergrundrauschen angeht, kaum Unterschiede. Wir haben vielleicht rechts minimalst mehr Rauschen, aber die Pixel sind kleiner, weil wir nicht so stark vergrößern mussten. Und ich finde, das ist relativ vergleichbar. Also ich habe hier bei diesen Tests, das muss ich vielleicht noch anmerken, die Verschlusszeit konstant gehalten. Und die Blende, die wird natürlich immer kleiner, wenn wir Konverter beginnen reinzutun. Und dadurch gehen die ISO hoch. Also bei dem rechten Bild sind die ISO einen Wert höher als beim linken. Ich habe die Werte nicht mehr ganz im Kopf, aber nehmen wir an, das linke war bei 400 ISO, das rechte bei 800. Denn ich denke, das ist für die Praxis eigentlich der faireste Vergleich. Denn in der Regel ist die Verschlusszeit ein bisschen limitierend. Und wenn wir den Konverter reintun, werden wir nicht auf einmal die Verschlusszeit verlängern. Gut, hier sehen wir also Bildrauschen, wie gesagt, relativ ähnlich. Auf die Hintergrundauflösung werde ich nachher noch zu sprechen kommen. Aber wir sehen, was die Details angeht, dass das Foto mit dem Konverter doch noch einmal ein bisschen mehr Details liefert, hier in dem Band drin. Nicht verrückt, aber doch sichtbar. Wenn wir jetzt zum Bildrand gehen, dann sehen wir, dass wir insgesamt ein klein wenig an Bildschärfe verlieren, aber nicht zu dramatisch. Und nach wie vor ist das Foto mit Konverter, bietet hier mehr Details. Nächster Test nehmen wir einfach das 100- bis 300er mit dem Zweifachkonverter. Also wir kommen auf 600 mm. Und ihr seht hier in der Übersicht, nun ist der Unterschied ziemlich gross. Und der Unterschied in den Details ist auch grösser. Also wir sehen hier beim rechten Bild, wo wir den Konverter genutzt haben, deutlich mehr Details als beim linken Foto, wo wir halt einfach gekroppt haben. Am Bildrand sehen wir grundsätzlich ein ähnliches Bild. Natürlich ist die Schärfe bei beiden ein klein wenig schlechter als in der Mitte. Aber mit Konverter ist es auf jeden Fall schärfer als wenn wir einfach ohne Konverter fotografieren und anschließend reinkroppen. Bei so einem teuren Objektiv habe ich es eigentlich auch erwartet, dass das Konverter relativ gut nimmt. Gehen wir eine Klasse runter zum RF 100-500. Auch hier starten wir zuerst in der Bildmitte. Links bei Offenblende bei 500 mm, Blende 7.1. Und rechts eben mit dem Telekonverter landen wir bei Blende 10. Hier sind die Unterschiede nicht sehr gross, finde ich. Dennoch, ich weiss nicht wie gut man das bei der YouTube-Komprimierung sieht, aber ich sehe auf dem rechten Bild ein klein wenig mehr Details. Aber die Unterschiede sind nicht gewaltig. Also ich fand es kleiner als bei 100-300er, hätte ich gesagt. Und auch am Rand sehen wir, dass das Foto rechts, also das mit dem Konverter, mehr Details liefert als das linke, das einfach gekroppt wird. Hier muss ich noch sagen, dass ich leider irgendwie vergessen habe, den Test mit dem Zweifach-Konverter zu machen. Ich kann mir nicht ganz erklären, wieso. Tut mir leid für diesen Fehler. Ich habe keinen Zweifach-Konverter und konnte es deshalb nicht wiederholen. Der war nur geliehen. Wir gehen jetzt einfach mal zum 100-400er und starten hier einmal auch mit dem 1,4-Fach-Konverter. Und zwar auch in der Bildmitte. Und hier sehen wir keine riesigen Unterschiede, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass das linke Foto fast ein klein wenig mehr Kontrast hat. Aber das rechte Foto ein bisschen mehr feine Details. Aber das ist wirklich schwierig zu sagen. Am Bildrand scheint mir das Foto mit Konverter ein klein wenig mehr Details zu liefern. Beide zeigen ein bisschen chromatische Aberrationen, die ein bisschen anders aussehen. Aber ich würde sagen, das Foto mit Konverter hat ein bisschen mehr chromatische Aberrationen. Also hier überzeugt der Konverter nur bedingt. Und wenn wir jetzt den Zweifach-Konverter nehmen und auch wieder zuerst in die Bildmitte gehen, dann sehe ich hier mit dem Konverter doch ein bisschen mehr Details, wie wenn wir einfach kroppen. Und mit dem Bildrand ist der Unterschied fast noch stärker. Also wir sehen schon mehr Details mit dem Konverter anstatt einfach nur kroppen. Aber die Unterschiede sind jetzt nicht gewaltig, sage ich einmal. Beim Autofokus gibt es im Prinzip zwei Seiten. Einerseits merkt man schon, dass die Telekonverter den Autofokus etwas langsamer machen und manchmal auch die Treffsicherheit etwas senken können. Und meiner Erfahrung nach ist das besonders dann der Fall, wenn es relativ dunkel wird. Und es ist schon auch so, je schlechter die Anfangsöffnung, die Anfangsblende vom Objektiv ist, desto mehr wird das irgendwann einfach problematisch. Also ich meine, zu Zeiten von Spiegelreflexkameras, und das ist noch gar nicht so lang her, konnten nur die Profimodelle bei Blende 8 überhaupt irgendwie fokussieren. Das hier ist ein Blende 8 Objektiv, und ich kann hier einen Zweifachkonverter drauf tun, dann habe ich Blende 16. Da ist natürlich einfach nicht mehr so viel Licht vorhanden für den Autofokus, um zu arbeiten. Und selbst bei lichtstärkeren und teuren Zoom-Objektiven wie dem RF 100-300mm sieht man das. Also ich habe hier einen Clip auch an meiner RF5 aufgenommen. Einmal das 100-300er ohne Extender, einmal mit dem Zweifach-Extender. Und ich würde sagen, mit dem Zweifach-Extender ist es immer noch sehr schnell. Ich habe mit dem Zweifach-Extender nicht extrem viel fotografiert, aber ich fand es in der Praxis wirklich noch gut. Mit dem 1,4-Fach-Konverter, da habe ich Mauersegler im Flug fotografiert, alles absolut kein Problem. Mit dem 100-400er fand ich wirklich, merkt man die Einbußen auch schon mehr. Und ihr seht auch hier einmal den Vergleich, wie es ohne Extender aussieht und wie mit Konverter. Der Konverter kann aber meiner Erfahrung nach auch gewisse Vorteile haben für den Autofokus. Und zwar, wenn man die Motiverkennung, die Augenerkennung nimmt, dann ist natürlich das Motiv mit dem Konverter größer im Bild. Und das kann schon Vorteile bringen, dass das Motiv besser erkannt wird. Das habe ich in meinem E-Book, Tipps und Tricks für den Autofokus von Canon EOS R-Kameras, speziell für die Tierfotografie, habe ich das dort auch schon erwähnt. Und ich möchte euch es jetzt in diesem Clip zeigen. Ich nehme auch wieder das 100-300er. Und ihr seht hier diese kleine Eule. Ohne Konverter hat die Kamera extrem Mühe, da irgendwie das Auge zu finden. Sie geht manchmal auf die Eule, manchmal aber auch auf den Stuhl. Also hat echt Mühe. Und wenn ich den Zweifachkonverter reintue, dann klappt das deutlich besser. Immer noch nicht perfekt. Mag auch daran liegen, dass das kein echter Vogel ist, was die Augenerkennung ein bisschen schwieriger macht. Aber da kann ein Konverter schon helfen. Also ich denke, rein vom Autofokus gesehen, wenn das Motiv sehr klein im Bild ist und ihr schneidet das nachher sowieso zu, dann würde ich schon an den Konverter reintun. Wenn es jetzt schon sehr dunkel ist abends und ihr habt kaum Kontraste, es ist für den Autofokus ein bisschen eine schwierige Situation einfach von den Lichtverhältnissen und ihr seid schon mit einem Objektiv unterwegs, das eh nicht extrem lichtstark ist, dann würde ich mir den Einsatz vom Konverter zweimal überlegen oder vielleicht einfach zum 1,4-fach Konverter statt dem Zweifachkonverter greifen. Es gibt beim Autofokus aber noch etwas weiteres zu berücksichtigen und das ist die Größe vom Autofokusbereich, wo ihr praktisch das Autofokusfeld hinverschieben könnt oder wo die Kamera halt noch den Vogel oder was für ein Motiv ihr habt tracken kann. Und das ist beim 100- bis 300er kein Problem mit dem 1,4- und Zweifachkonverter. Bei diesen beiden, je nachdem welchen der beiden Konverter man nimmt, nimmt das ein klein wenig ab von der Größe oder eben ziemlich massiv ab. Und das kann einen dann in der Bildgestaltung schon auch einschränken, weil man dann das Tier, den Vogel, ein bisschen mittiger platzieren muss. Ein weiterer und für mich sehr wichtiger Punkt ist die Schärfentiefe. Und um es kurz zu machen, hier spielt der Konverter keine Rolle. Naja, fast. Sagen wir, ihr fotografiert bei 400 mm bei Blende 8 und ihr nehmt einen 1,4-fach Konverter, dann seid ihr bei 560 mm Blende 11 und ihr croppt nun das Bild mit 400 mm Blende 8 gleich zu, dass es den gleichen Bildaufschnitt wie das Bild mit 560 mm Blende 11 hat, dann wird die Hintergrundauflösung gleich aussehen. Aber bei Zoom-Objektiven kann der Konverter schon einen Einfluss auf die Hintergrundauflösung haben. Und ich möchte euch hier ein anderes Beispiel bringen. Ich nehme das 100- bis 300er, das ist einfacher zu rechnen, weil es eine konstante Blende hat über den gesamten Brennweitenbereich. Sagen wir, ich fotografiere ohne Konverter bei 200 mm. Ich möchte die Blende voll öffnen für einen weichen Hintergrund. 200 mm, 2,8. Okay. Jetzt habe ich einen Zweifach-Konverter drin, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass die Tiere relativ scheu sind. Und dann kommen die aber doch irgendwie näher und ich zoome raus. Ich kann mit dem Zweifach-Konverter ja immer noch auf 200 mm gehen, aber jetzt bin ich bei Blende 5,6. Und das sind zwei Blendenstufen. Auf einmal ist dieses Objektiv hier besser als dieses hier dran, bei 200 mm, was die Hintergrundauflösung angeht. Und es ist auf einem sehr ähnlichen Niveau wie das 100- bis 400er. Also bei Zoom-Objektiven kann es da schon einen Unterschied machen. Und wenn mir die Hintergrundauflösung wichtig ist, und ich vermute zum Beispiel, ich fotografiere wahrscheinlich zwischen 200 und 300, 200 bis 350 mm, dann würde ich auf den Konverter ehrlich gesagt eher verzichten. Wenn ich weiß, ich werde grösstenteils zwischen 300-400 mm im Einsatz oder unterwegs sein, dann würde ich ihn wahrscheinlich reintun. Also das würde ich doch auch noch im Hinterkopf behalten. Ein weiteres Thema ist natürlich Gewicht, Handling, Preis. Das ist relativ einfach. Hier verliert der Konverter in jeder Situation. Die kosten Geld. Irgendwie 400 bis 500 Franken für den 1,4-fach. Und ich glaube zwischen 500 und 600 für den 2-fach Konverter bei Canon aktuell. Wenn man sich für knapp 11.000 Zoll ein Objektiv kauft, kommt das nicht mehr so drauf an, ehrlich gesagt. Und ich meine, ich habe den hier sowieso eigentlich für mein 600er F4 gebraucht. Das heißt, ich hatte den schon. Das sieht natürlich ganz anders aus, wenn man hier ein 100- bis 400er hat. Der 2-fach Konverter kostet ungefähr gleich viel wie dieses Objektiv in der Schweiz. Das ist schon heftig. Und wenn man sich den 1,4- und den 2-fach Konverter kauft, dann gibt man doch ungefähr nochmal 1.000 Franken extra aus. Das mit beiden Konvertern zusammen. Dann könnte man sich auch gleich das RF200 bis 800 erholen, das einen deutlich angenehmeren Hintergrund bringt, schnelleren Autofokus, bessere Bildqualität und, und, und. Beim 100- bis 500 sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Einfach von der Relation Preis und Gewicht objektiv zu Extender. Da ist schon ein deutlicher Unterschied. Der Extender macht das Ganze nicht viel schwerer und auch nicht so extrem teurer. Relativ gesehen. Aber mit dem 100- bis 500er, das ist sehr kompakt gebaut und die Rücklinse, die kommt hier praktisch an. Das heisst, wir können hier keinen Extender reintun, der einen herausstehenden Tubus hat. Das heisst, wir können den Extender erst ab 300 mm brauchen. Das heisst, wir geben einen gewissen Teil vom Zoom-Bereich auf. Wir büßen Flexibilität ein und das Objektiv wird jetzt auch länger. Wenn ich jetzt das Teil mit dem Extender zurück in den Rucksack tun möchte, könnte das unter Umständen knapp werden und ich muss den Extender wieder rausnehmen. Und das ist der Grund, wieso ich am 100- bis 500er den Extender bis jetzt sehr selten eingesetzt habe. Extenderwechsel ist allgemein ein Thema. Das kostet einerseits immer Zeit. Je nach Umweltbedingungen riskiert man das irgendwie Dreck, Wasser, Schnee, was auch immer reinkommt. Und es ist bei mir schon so, dass ich mir ein bisschen überlege, wann ich den Konverter wechsle. Wenn es jetzt wirklich in Strömen regnet, dann fotografiere ich manchmal weiter, aber ich mache vielleicht keinen Konverterwechsel mehr. Oder wenn ich irgendwo am Strand bin und es windet und es weht Sand durch, würde ich es mir auch zweimal überlegen. Man verliert auch immer Zeit. Das heisst, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, es könnte gleich Action abgehen, dann habe ich aus eigener Erfahrung ganz bitter gelernt, und macht keinen Extenderwechsel. Das kann ganz böse enden. Vor allem würde ich keinen Extender reintun. Rausnehmen, da kann man noch darüber diskutieren, weil wenn der Vogel auf einmal losfliegt, dann würde man ja die Flügel abschneiden. Da kann man es vielleicht riskieren. Aber den noch reintun, wenn ihr denkt, es könnte bald Action abgehen, würde ich wirklich vermeiden. Ja, um das Ganze irgendwie zusammenzufassen, ihr habt, glaube ich, gesehen, dass es sich rein von der Bildqualität schon noch lohnt, einen Telekonverter einzusetzen. Die Qualität, die Details sind mehr, wie wenn man croppt, selbst bei hochauflösenden Kameras und auch bei diesen Zoom-Objektiven, selbst bei den günstigeren, auch wenn es da aus anderen Gründen vielleicht nicht so Sinn macht. Ich persönlich habe gemerkt, dass ich über die letzten Jahre eigentlich Telekonverter weniger eingesetzt habe, da wir mehr Optionen zum Croppen haben. Das ist definitiv so. Und wenn ich jetzt ungefähr einen Bildausschnitt haben möchte, sagen wir von einem 1,3-fach Crop, der Telekonverter bietet mir 1,4-fach, ist mit der vielleicht schon ein bisschen zu eng oder sagen wir auch, er passt gerade. Das kann ich auch noch relativ gut croppen. Das gibt bei meiner R5 von 45 Megapixel, 1,4-fach Crop, gibt es ungefähr 22 Megapixel. Das ist immer noch eine gute Auflösung und es kommt auf die Situation darauf an, ob ich da den Telekonverter nehmen würde oder nicht. Wenn ich bei einer Fütterung bin, würde ich es wahrscheinlich machen. Wenn ich irgendwo draußen bin und es auch Chance gibt, dass das Tier noch näher kommt oder gerade abhebt, die Flügel spreizt, dann vielleicht weniger. Hier sind wir natürlich bei Zoom-Objektiven im Vorteil, da wir noch ein bisschen rauszoomen können. Wobei ich auch sagen muss, dass ich meine Zoom-Objektive hier meistens dann einsetze, wenn ich weiß, dass die Tiere ein bisschen näher kommen oder wenn ich die Tiere gezielt kleiner im Bild haben möchte. Denn ich setze sonst eher mein 600mm Blende 4 ein. Das heißt, das kann für euch je nachdem ein bisschen anders sein, wenn sagen wir, dass 100 bis 500er euer längst das Objektiv ist und ich hatte es auch schon in Costa Rica, dass ich an einem Nachmittag einfach am Strand rumschlendern wollte, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen und einfach das 100 bis 500er genommen habe und da war ich ganz froh um den Konverter. Ja, ich wäre sehr interessiert, was eure Erfahrungen sind. Vielleicht auch, falls ihr andere Kameramarkt nutzt mit Konvertern und eben mit Zoom-Objektiven. Schreibt das mir einfach in die Kommentare. Ich habe übrigens die verschiedenen Objektive und Lens-Code-Zubehör und natürlich Konverter unten einmal verlinkt.